Entschuldigung Leute, das Handy ist runtergefallen. Okay, wenn ihr sagt, wieso macht ihr mit Handy, jeder macht mit Kamera. Wieso? Weil wir noch nicht so viele Abonnenten haben und wenn wir viele haben, dann überlegen es uns dann auf jeden Fall, bei 1000 kaufen wir es auf jeden Fall. Ja. Und ja, was geht's? So habe ich schon perfekte Docs, Tanzenbonus, Deliveres Snacks, Belohnenbären, halt wenn sie etwas Gutes machen, das gab es auch leider so dumme Reine, da hat sich Geflügel genau mit so einem Panzen, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Geflügel besser ist und für Hunde, besser für Kleine zumindest, aber dafür haben wir ja, und vielleicht gefällt es dem sogar, ich weiß nicht, wir werden es ausprobieren. Linda, wann machen wir das immer, wann geben wir das immer, wenn er springt und so. Wenn ihr sagt, ich mach dich, Mensch, okay, dann wollen wir mit der dritten Sache. Meine Lieblings-Hunde-Kot, Hunde-Kot, Digga, nein, Hunde-Kot-Beutel, ist das, aber das ist doch so, so süß. Hm, ja, eigentlich sollten da drei drin sein, aber eine habe ich für meiner Cousine das Hund gegeben, die ist auch so klein wie mein Hund. Und, ja, und zwar zum Beispiel, wir haben ja diese feine Sticks mit Geflügel, endlich was mit Geflügel. Wie viel darf die in einem Tag essen? Einer, aber in einer Woche darf er zweifelig, nicht jeden Tag. Also diese Dinger, für das Ritten durch, halt will er ja nicht immer diese Dinger, dann ist es sehr gut. Und wir kaufen da noch immer viele? Ja, da haben wir auch. Dann bin ich dran. Okay, dann mach ich mal, ding, das ist so eine Schüssel. Das war gestern noch mal. Nicht so eine kleine Schüssel, sondern mittelgroß. Und schon groß. Und diese Schüssel ist für Trinken, aber wir kaufen ja noch für Essen. Aber der andere, es steht da so ein Queen, Dog Queen oder wie es auch mal heißt. Doch, bei anderen Schüsseln steht das so. Was steht hier? Call me. Also Leute, und wir machen sofort mit den anderen Sachen. Tschü. Machst du, tschü, Alter. Tschü. Und zwar haben wir halt hier 40 Stück Hunde-Kottbeutel. I don't know. Aber die sind so groß, Alter. Ja, seht ihr? Also ich zeig's euch, die, ne? Wenn die so durchfallert werden, dann nehmen wir lieber die schwarzen. Ja. Deswegen sind sie nicht da. Aber die möchte ich gar nicht benutzen, weil die so sind. Okay, deine. Klar. Und ich nehme das schon mal. Okay. Nein, du zeigst nicht. Okay, dann habe ich noch so eine Hundefutter von dein Bestes. Ich habe auch was, aber irgendwie. Reich an. Ja, der Schiff, aber wir müssen das essen. Ich würde nicht was sterben. Reich an Drutern. Ich schmecke, glaube ich, nicht so. Was? Drutern ist lecker, Alter. Okay, es sieht so. Aber Hunde lieben das. Aber das ist von Junior. Also Junior bedeutet für kleine Hunde. Aber das ist so süß. Und das ist das Gleiche, weil ich dachte so. I don't know. Das schmeckt mir. Und ja, fangst du essen. Dann habe ich auch noch ein leibeses Tafelfreude. Und einmal mit Huhn, Tomaten, Basilikum. Sieht halt nicht so lecker aus. Und einmal mit Rind, Landgemüse, Wildenmatt. Nein, das sieht leckerer aus. Ja, das ist so eklig. Okay, ich würde beides nicht essen, aber ja. Leute, ich wollte euch noch kurz was sagen. Falls ja ein Original war, das ist ein Fake-Video. Wir werden es auf jeden Fall machen nach zwei Tagen, Rainer. Was war das? Rainer, nach zwei Tagen machen. Nämlich so mit Weihnachtsbäckerei. Also mit Weihnachtssachen. So Sachen halt, die man essen kann. Leute, vielleicht bin ich auch am Samstag nicht da. Dann hätte ich auf jeden Fall mit meiner Schwester machen. Nein, 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 nein. Also übermorgen. Samstag. Vielleicht bin ich am Samstag nicht da, weil ich gehe jeden Samstag. Freitag, Rainer. Freitag. Aber am Freitag kommt ja. Wer? Nein, Oma. Also jeden Freitag gehe ich manchmal zu meiner Oma in Offenbach. Und deswegen können wir jetzt kein Video treffen. Aber wir können auch am Freitag. Wenn ich nach der Schule, okay? Also nach der Schule um 12 Uhr werden wir dann ein Video bringen. Bei mir leider um 12 Uhr. Bei mir geht es nicht. Ich bin um 13 Uhr. Hallo? Alter, du bist so rein. Ja, ich kann nichts dafür. Also ihr werdet ja auf jeden Fall am Freitag anschalten. Also so um 14 Uhr kommt das Video. Wenn es nicht mit mir geht, dann geht es im Kanal Save the Safety mit dir, Schwester. Könnt ihr nochmal kostenlos abonnieren. Aber Leute, ich habe jetzt zwei Save the Safety und ich fange das neu an. Da habe ich noch null Abonnenten. I don't know. In anderen habe ich Surprise mehr. Was mache ich da? Auf jeden Fall bei diesen könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Bei diesem Save the Safety. Und wir würden sagen... Tschüssi! Bis zum nächsten Video. Und bye bye. Bye bye. Aber Melinda, warte mal. Ich wollte auch sagen... Dieser Kanal ist doch nur von Sheila. Ja, ich weiß, aber wir werden halt manchmal auch machen. I don't know. Also, dass ihr wisst, nicht nur Sheila, sondern wir auch. Bye. Manchmal. Ja. Bye bye. Habt euch lieb. Und falls ihr wollt, dass ihr gegrüßt werden wollt von uns am Freitag, dann schreibt es unten in den Kommentaren euren Namen und gegrüßt werden wollt. Bye bye. Was macht ihr? Tschüss.